Hey, eine Schlägerei? Jane? Ah! 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 Kennst du die Kleine? Ich wünsch das Wärsau. Ah! 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 Komm für ein kleines Ich-Bex! Oh! Das war's für heute. Malcom Reynolds, fünfmalige Verhaftung. Captain der unabhängigen 57. Brigade, Freiwilliger, ausgezeichnet für besondere Tapferkeit. Ich glaube, Sie sind mir eine Erklärung schuldig. Was in Dreiteufelsnamen ist da gerade passiert? Fang damit an, wie Jane von dem 45 Kilo schweren Mädchen umgehauen wurde, weil die Geschichte wird irgendwie nie langweilig. Wissen wir, ob jemand getötet wurde? Wahrscheinlich. Ich weiß, dass sie mich umbringen wollte, bevor der Doxy gebremst hat. Mich würde schwer interessieren, wie genau das funktioniert. Es ist ein Codewort. Die Leute, die mir geholfen haben, River zu befreien, sagten mir, dass River und die anderen Testpersonen einer Verhaltensmodifizierung unterzogen wurden. Sie haben mir ein Codewort gegeben, für den Fall, dass etwas passiert. Ich fürchte, das verstehe ich nicht. Es ist ein kurzer Satz. Wenn sie ihn hört, schläft sie ein. Ich muss nur die Worte... Sagt sie nicht! Das funktioniert nur bei ihr, Jane. Das weiß ich jetzt auch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Schnellstück! Untertitelung des ZDF, 2020